Ursprünglich in Asien beheimatet ist der Buchsbaumzünsler vor rund fünf Jahren nach Deutschland eingeschleppt worden. Mittlerweile hat er sich bis nach Österreich und in die Schweiz verbreitet. Der Schädling befällt Buchsbäume und kann sie vollständig zerstören. Beim Buchsbaumzünsler handelt es sich um einen Falter, der seine Eier hauptsächlich an den äußeren Blättern des Buchsbaums ablegt. Aus den Eiern schlüpfen die Raupen, die erst die Blätter und anschließend die Rinde an den Ästen fressen. Für Gartenbesitzer ein großes Problem, denn ist der Buchs einmal abgefressen, hilft nichts mehr. Man kann aber vorbeugen. Also zunächst mal gibt es diese Pheromonfallen. Ich habe praktisch hier mal eine aufgestellt hinter dem Buchs. Da ist ein Sexuallockstoff drin in dieser Falle und der männliche Falter geht in diese Falle, weil da der weibliche Sexuallockstoff drin ist und dann ist unten ein Leimring und dann wird der männliche Falter gefangen. Und da kann man natürlich schon mal sehen, wie stark ist der Druck überhaupt. Die Fallen gibt es im Baumarkt. Kostenpunkt zwischen 30 und 40 Euro. Manche Kunden gehen auch hin, abends mit der Taschenlampe und dann kommen die Falter auch raus. Dann suchen sie natürlich die Falter abends noch ab. Oder sie gehen einfach rein in den Buchsbaum und nehmen die einzelnen Larven, Buchsbaumzünslerlarven, raus und entfernen sie natürlich dort. Das muss regelmäßig erfolgen, denn erst wenn die Temperaturen unter 10 Grad sinken, stellt der Buchsbaumzünsler keine Gefahr mehr dar. Aktiv wird er dann wieder im Frühjahr, wenn es über 15 Grad hat. Wichtig bei der Bekämpfung von Schädlingen, biologische Mittel verwenden. Pflanzenschutz ist ein sensibles Thema und erfordert Sachkenntnis. Man muss immer gucken, wenn man da mit Gift jetzt irgendwo reingreift, zerstöre ich natürlich auch viele Nützlinge, die in dieser Kette drin sind. Und diese Kette darf ich nie letztendlich zerstören. Und da muss ich immer sehr viel Sachverstand einbringen, damit ich immer jetzt weiß, wenn ich irgendein Pflanzenschutzmittel ausbringe, was bedeutet das dann in Folge für andere Tierarten, wo da von dem ganzen Ding leben. Da darf ich nie irgendwas machen. Und wenn wir was ausbringen, bringen wir nur das aus, dass es nur für den Schädling letztendlich jetzt störend ist, aber nicht für die andere Kette als solches. Mittlerweile hat der Buchsbaumzünsler auch natürliche Feinde. Spatzen und Buchfinken suchen immer öfters in größeren Schwärmen befallene Buchsbaumhecken nach den Larven des Schädlings ab. Auf längere Sicht könnten sie den Befall durch Buchsbaumzünsler stoppen. Und der Buchs kann künftig wieder als Gestaltungselement die Gärten schmücken.